Hallo liebe Rasenfix, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Ich mache heute mal was ganz Außergewöhnliches. Ich werde euch mal meine ganzen Rasenmäher zeigen. Einmal so zum Abschluss des Jahres wahrscheinlich, einmal hier die ganzen Mäher aufgereiht und ich werde ganz kurz zu den Mähern etwas sagen, was ich an den Mähern toll oder nicht so toll finde. Und es ist leider wahr, meine Frau hat gesagt, ich muss einen Rasenmäher verkaufen. Einer muss gehen. Ich hoffe, ihr seid gespannt, genau wie ich, welcher Rasenmäher es sein wird. Einer muss gehen. Das Motto des heutigen Videos. Alle meine Rasenmäher hier auf dieser Rasenfläche, auf der Südkante, auf der berühmten Südkante vom Rasenfreak. Viel Spaß in dem Video. Yeah! Ja, liebe Rasenfix, das sind Sie. Das sind Sie, meine aktuellen Rasenmäher. Aber es ist der helle Wahnsinn. Es ist absolut verrückt, so viele Rasenmäher zu besitzen. Und das soll auch niemand nachmachen. Und ich möchte auch niemanden damit neidisch machen. Aber ich habe zu viele. Der gute alte Idealuxus 38 von Brill. Der Falkenstein von Rasenspecht. Der Swartman Elektra 2.0. Mein guter alter Sabo. Was ist das? 43A. Dann der ganz neue Stil RMA 4.4 BRV oder 4.4 8RV. Dann der Stieger, was weiß ich, wie der heißt. Twin Clip XY. Und dann der Toro E-Flex. Und dann ganz zum Schluss der Toro Greens Master 3.250D. Ja, liebe Rasenfix, wir haben heute den, glaube ich, 26. Oktober. Wir haben, was weiß ich, 21 Grad. Ein herrlicher Tag. Der Rasen sieht nochmal richtig, richtig gut aus. Und ich möchte jetzt hier was zu meinen Rasenmähern sagen. Einer muss gehen. Einer muss gehen. Welcher wird es sein? Brutal, aber wahr. Gut, fangen wir an, über die Mäher ein bisschen zu reden. Erstmal zu meinem guten alten Nostalgie-Rasenmäher-Brill. Ja, das ist ein cooler alter Mäher. Ich benutze ihn tatsächlich überhaupt nicht. Er ist ein bisschen angestaubt. Er hat eine doch ziemlich krasse Patina. Aber der bleibt. Ein Erbstück von meinem Vater. Der bleibt unglaublich wert. 50 Euro. Dann der nagelneue Falkenstein in Rasenfreak Orange. So muss es sein. Ein sehr, 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 sehr hochwertiger Handspindelmäher. Ein sehr teurer Mäher. Ein sehr cooles Teil. Wirklich wunderbarer Maschinenbau. Teuer. Kostet heute nahe zweieinhalb bis dreitausend Euro. Und was sagt ihr? Soll er weg oder nicht? Nein, der bleibt. Dann der Sportman Elektra 2.0. Ich liebe diesen wirklich schönen, leisen Spindelmäher von Sportman. Viel dran rumgeschraubt. Viel repariert schon. Aber der bleibt. So, als nächstes mein guter Sabo. Mit dem ganz speziellen Sonder-Edition-Fangkorb. 43 cm Schnittbreite. Läuft sehr langsam, sehr, sehr langsam im Fahrbetrieb. Ein wirklich gut saugender, ganz robuster, auch leiser Benzinmäher, Sichelmäher. Ganz klar, der bleibt. Dann der neue Stiel, Sichelmäher, der Plastikbomber mit Akku und Walzenantrieb. Leute, das Gerät, das Gerät ist richtig, richtig, richtig cool. Ich hätte es nie für möglich gehalten, aber das Gerät macht richtig viel Spaß. Durch die Leichtigkeit, durch die pfiffigen Lösungen. Ja, ihr hättet es vielleicht nicht gedacht, aber der bleibt. Jetzt kommen wir zum Stieger-Sichelmäher mit Walzenantrieb. Der Stiel hat eine geteilte Walze. Der Stieger hat eine ungeteilte Walze. Er ist deutlich, deutlich lauter als der Stiel. Vom ganzen Mähgeräusch und vom Fahrgeräusch. Ja, deutlich unangenehmer. Mäht auch wirklich sehr, sehr tief. Mäht auch sehr gut. Ja, was denkt ihr? Ja, ich weiß noch nicht. Und dann haben wir sie. Die beiden absoluten Profigeräte der Toro E-Flex. Er sieht aus wie neu. Das Gerät hier ist ein Traum. Das Gerät ist der absolute Traum. Ich liebe den Toro E-Flex. Eine wunderbare Maschine. Absoluter Wahnsinn. Das ist Mähtechnik vom Allerfeinsten. Und gar keine Frage. Der E-Flex bleibt. So, jetzt kommen wir zu meiner letzten Maschine. Das absolute Wahnsinns-Gerät. Der Triplex Greensmaster, der Triplex Rasenmäher, der Profimäher, der Golfplatz Grünsmäher. Dieses Gerät habe ich als Schrott gekauft, komplett auseinandergeschraubt, bis zur letzten Schraube zerlegt. Alles neu lackieren lassen. Mechanisch ist das Ding in einem perfekten Zustand. Die Spindeln, die acht Messerspindeln. Die Spindeln sind neu. Alles frisch geschliffen, alles neu gelagert. Hydraulisch, die ganzen Schläuche zu den Spindeleinheiten. Neu. Neu gemacht. Den hydraulischen Motor nochmal abgedichtet. Ihr habt das Video gesehen. Eine absolute Megamaschine. Ein Monster. Ich finde diese Maschine so cool. Aber ich benutze sie kaum. Ab und zu mal. Oh Mann. Die Fotos sind gemacht. eBay Kleinanzeigen ist schon gefüllt. Ich muss mich entscheiden, diese Maschine endlich zu verkaufen. Ich kann zu wenig damit anfangen. Sie nimmt zu viel Platz weg. Ich finde dieses Gerät so cool, wie es hier steht. Es ist... Mir kommen die Tränen. Oh Mann. Was mache ich bloß? Meine Frau sagt, eine Maschine muss weg. Sinnvoll wäre die. Aber... Aber lieber Rat und Füchse, ich bringe es nichts über das Herz. Ja. Okay. Einer muss gehen. Wer wird es sein? Hier stehen sie alle. Die Mäher. Acht Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Rasenmäher. Braucht kein Mensch. Okay. Ich sponne mich länger auf die Schulter. Auf jeden Fall. Wer ich den Stieger erst mal verkaufen. Den Stieger mir verkaufe ich wieder. Das Ding brauche ich nicht mehr. Der wird gehen. Auf jeden Fall. Vielleicht noch der Torque Greens Master. Aber da muss ich noch mit meiner Frau diskutieren. Also. Geht jetzt in eBay Kleinanzeigen rein. Wenn ihr ihn kaufen wollt, meldet euch ganz schnell. Preis weiß ich noch nicht. Ja. Aber der muss weg. Der ist einfach zu viel. Da behalte ich den Stielmäher. Der ist deutlich cooler. Mit dem mähe ich so gerne. Und die anderen Mäher, die bleiben sowieso. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Leute, ich glaube es nicht. Ich habe Rasenmäher vergessen. Ich habe den Mulchmaster vergessen. Ich habe doch neun Rasenmäher. Der Mulchmaster stand in der Ecke, in der Tür. Ich mähe auch mit dem Mulchmaster nach wie vor sehr gerne. Gerade das hohe Gras. Der Mulch, echt super. Die, gerade hier die Schüssel, lässt sich von innen echt super sauber machen. Der ist kaum immer verdreckt. Auf wirklich ein schönes Gerät. Mähe ich nach wie vor echt gerne mit. So, also. Neun Rasenmäher. Sorry. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Tschau. Tschau.